So, und dann wollen wir mal den Tempel verteidigen. Ich bin übrigens mittlerweile Level 36. Ich habe vergessen auf Aufnahmen zu drücken, während ich hier gebetet habe. Es gab 4000 EP und ja, Levelaufstieg. Und deswegen machen wir jetzt die Tempel verteidigung, weil die Gegner sind da Level 36 und dann passt das jetzt hervorragend. So, wir nehmen aber natürlich ein paar Tränke. Den, den, den und den. So, wir sehen uns. Das war's für heute. 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 So... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So... Das war's für heute. 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 Ja, schon schön, wenn man als Tank mehr heilt als ein Heiler. Da kommt doch echt Freude auf. Mit dem Segen der Götter. So, dann gehen wir aus der Gruppe raus. Gruppe verlassen. Die Truppe muss ich auch öffnen. Zack und zack. Zwei Gebietskarten, schön. Was ist das? Achso, ein Steckbrief. Können wir irgendwann verschmelzen? Nope. Können wir nicht. Was hier? Regeneration und Erholung. Ich lass mal über Verteidigung. Stertifizieren. Ab hier müsst ihr vorsichtig sein. Seht ihr das Gasthaus? Ne. Auch gehen wir mal rein. Keine Ahnung, was das ist. Und...